Hallo meine Lieben, heute habe ich dieses Design für euch. Alles was ihr dafür braucht sind die Farben Lila und Weiß und einen Striper und ein großes Dotting Tool. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe mir schon mal alle Fingernägel lila lackiert und nehme jetzt den Striper und Weiß und ziehe immer drei Streifen auf jeden Nagel, also einen in die Mitte und dann noch links und rechts einen. Jetzt nehme ich das große Dotting Tool und Weiß und setze Punkte auf die Linie immer auf Lücke. Jetzt nehme ich das schmale Ende vom Dotting Tool und Lila und setze in jeden weißen Punkt noch einen kleinen lilafarbenen Punkt rein. So sieht das fertige Design dann aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch gern ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal für weitere Videos. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal.